traditionell ist ja so der deutsche mittelstand eher verschlossen diese alte tradition der eigenen erfindung die man schützen muss und man redet nicht so viel über die dinge sondern man macht es einfach gut und liefert das produkt perfekt aber ich glaube nicht dass in der zukunft weiter so gearbeitet werden wird leo war ein gewisses experiment weil dieses produkt es gab eigentlich keinen wirklichen markt dafür es war einfach eine idee wo gesagt haben was für stärken haben wir was trauen wir uns selber zu und dann haben wir gesagt doch das nehmen wir uns mal vor ich glaube dass den leo haben wir eigentlich aus reiner neugierige macht und deshalb war der leo so als transportsystem ohne it aufwände ohne komplexe programmierung ohne tage wochenlange schulung hat sich eine schon angeboten dass es eigentlich zu uns passen könnte und es ist auch die ideale verbindung zwischen behälter auf der einen seite und zwischen regalen bei bito gab es ja keine abteilung für fahrerlose transportsysteme und wir haben uns überlegt es gibt auch gar keine erfahrung im haus es gibt keine abteilung über das klassisch ansiedeln können und generell ist das ein ganz neuer markt also das sind verschiedene gebiete die für uns völlig unbekannt waren aber jetzt haben wir sie dann umgesetzt also das war für uns ein land projekt sehr schnell haben wir dann auch gemerkt dass wir eine kleine flexible einheit brauchen die ganz aktiv am markt auch agieren kann und deswegen war die idee wir gründen im prinzip ein start-up im unternehmen wir haben nicht das mainstream produkt was mittlerweile alle hersteller auf der messe zeigen sondern wir haben eine nische gefunden wo man eigentlich kaum wettbewerber haben die genau das gleiche machen und in der nische sind wir dann super gut leo ist führen für den entwickler schmuckstück man sagt mensch kaltes wasser gesprungen mit einer vision hohen maß vision und idee dabei und am schluss klappt alles die türe öffnen sich immer weiter auf und es kommt beim kunde an das ist ja auch immer noch die bestätigung von außen und das ist natürlich das ist eines dieser entwicklungsprojekte wo mein lebeland dran denkt also ich war begeistert davon weil für mich ist klar dass die alte welt nicht ewig bestehen bleiben kann es wird sich weiterentwickeln und dass das das sensorik automatisierung das ganze seinen lauf nehmen wird das wissen wir alle und wenn sie nicht zumindest bereit sind sich daran zu gewöhnen und sich auch damit mal zu konfrontieren dann glaube ich werden sie auf der strecke bleiben ja nicht stehen bleiben wo man ist sondern es geht um morgen dass der betrieb morgen noch da ist in irgendeiner form in welcher auch immer dass man weiter kreativ bleibt und in die zukunft schaut optimistisch realistisch aber optimistisch ja ja ja